Das tolle an der Latissima ist ja, dass man den Milchbehälter schnell reinigen kann. Alles was man dazu tun muss, ist Glas runterhalten, Taste an den Milchbehälter drücken, schon flutscht da Tampf und am Schluss heißes Wasser raus. Das Ganze dauert genau 12 Sekunden und schon sind die Milchleitungen sauber und man braucht sich keine Sorgen machen. Einfach dann den Behälter nach der Reinigung, wenn die Lampen nicht mehr blinken, so wie hier, einfach abnehmen, in den Kühlschrank stellen und zum Beispiel am nächsten Tag wieder genüsslich frischen Laffelatte trinken. Untertitelung des ZDF, 2020